Hey Leute! Heute zu einem malen Video auf meinem Kanal und heute werde ich als Zivilpolizist die 50.000 XP in hier, in Polizei, im Polizeijob erreichen. Die 40.000 XP, dazu gab es auf jeden Fall auch ein Video. Ja und ich werde nämlich probieren hier genau die 50.000 zu knacken. Dazu brauche ich jetzt noch 483 XP, hoffe ich. Natürlich letztes Mal in meinem anderen Video, wo ich die 40.000 XP erreicht habe, da habe ich mich auf jeden Fall um 22 XP verrechnet oder irgendwie ein bisschen verrechnet. Naja, ich hoffe, dass ich das jetzt genau schaffe. 400 XP ist auf jeden Fall auch nicht wenig, sollte aber machbar sein. Okay, es gibt anscheinend, nee nicht anscheinend, sondern glaube ich genug Kriminelle, hoffe ich. So, oh ne, meine Hinterreifen sind platt. Ja, kein Bock, ich werde die hier direkt erstmal reparieren gehen. So, Freunde, ich habe mich hier ganz schwer jetzt bis zum ADAC gekämpft. Mit zwei kaputten Reifen hinten ist es echt sehr, sehr nervig. Es ist echt schlimm. So, dann färbe ich das Auto einmal blau. Sehr, sehr nice. Und die Ares und Dominik ist da. Okay, dann werde ich erstmal zur Ares fahren. Das ist auf jeden Fall schon ein ganz bisschen länger her. Also könnte sein, dass der schon weg ist. Naja, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Ist das nicht ein Team? Das ist doch ein Teamer. Oh, okay, der hat anscheinend eine Waffe. Ah, okay, er fährt weg. Ich hätte ihn nicht mit der Waffe angreifen oder Waffen rausholen sollen. So, okay, der ist nicht kriminell. Den habe ich schon auf dem Hinweg abgecheckt. Mit seinem Auto, das da auf den Gleisen ist. Keine Ahnung, was der gemacht hat. Das heißt erstmal hier schon ausbremsen. Okay, oder auch nicht. Und am besten geht es dann an den Gleisen nicht. So, komm, du bist auf. Oh, vielleicht ist der kriminell. Man kann es ja mal abchecken. Dann verliere ich halt jetzt den anderen. Aber. Und ist er. Das Leier. Naja, okay, der ist eh nicht kriminell. Weil er checkt es auf jeden Fall nicht. Dass ich hier Stopsticks lege. So, da ist er doch. Hä, hat er den jetzt in... Hä? Hä, team die nicht? Hä, ich check gar nichts mehr. Okay, anscheinend hat er den jetzt einmal festgenommen. Ich dachte, irgendwie die würden teamen. So, der scheint auf jeden Fall kriminell zu sein. Oh nein, ich will den. Wenn der kriminell ist. Oh, er hat mich geschlagen. Ey, meiner, meiner. Meiner. Ey, wo ist er? An seinem Auto, Mist. Okay, ich werde umgefahren. So, einmal hier schön Stopsticks legen. Hä? Hat der kaputt reisen? Habe ich gerade gar nicht gesehen. So, jetzt habe ich ihn nicht. Mann, Mist. Er ist weggefahren. Okay, gar nicht. Gut, ich muss hier mal jetzt ein bisschen plus machen. Noch keine XP. Das ist wirklich schlecht. So, hier ist aber wieder jemand am Boden. Wo ist das denn? Ach, okay, beim Rufladen. Was ist jetzt halt ein bisschen weit weg? Öh, hat der nicht gerade eine Waffe? Naja, vielleicht war es ein Zivilcorp. Ich tippe mal, es war ein Zivilcorp. So, Verkaufsautomat. Ja, nee, ein bisschen weit weg. Oh, jemand steht bei der Bank. Das ist immer sehr, sehr sus. Muss mal abchecken. Äh, ähm, wo? Nee, okay, schade. Nicht kriminell. So, es laggt erstmal ein bisschen. Sehr, sehr nice. So, komm, bro. Ach, der ist Zivilcorp. Okay. Dann hat sich das auch erledigt. So, noch immer ist down. Dann werde ich das jetzt aber mal abchecken. Drei Leute down. Das, also, das muss ich mal abchecken hier. Auch wenn es weit weg ist, wird das mal abgecheckt. Wer könnte das denn sein? Hier der. Naja, wobei, der hat keinen Angriff. Naja, egal. Man kann sich die Leute ja mal so angucken. Kennzeichen NN. Ja, das wird der sein. Der wird ziemlich sicher kriminell sein. Äh, ja. Hä? Nicht? Was? Ich weiß nicht, ob der das nicht war. Okay. Komisch. Komisch, komisch. Oder der ist dann vorbeigefahren. Das könnte ich mir vorstellen. So, wer ist er? P.I. Nee, ist anscheinend nicht kriminell. Schade, schade. Ich muss jetzt die Leute festnehmen. Ich habe auch kein XP Plus gemacht. Und bin aber schon irgendwie seit 5 Minuten hier Polizist. Das ist schlecht. So, da hinten ist ein Porsche. Wie, wo? Oh, der, der ist dann mit ziemlicher Sicherheit der Kriminelle. Glaube ich. So, was will der machen zum ADAC? Ja, ich habe hier Stop Stakes. Anscheinend auch nicht kriminell. Okay. Oder auch doch kriminell. Oh, ja. Das ist dann mit der Waffe. Ey, mach mir nicht die Deckung weg. So, ist ein SEK, na. Ich werde den jetzt einfach nochmal umballern. Wobei, es gibt glaube ich kein Meld. Okay, er hat gelieft. Sehr, sehr nice. Und die Osso wird ausgeraubt. Da muss ich natürlich schnell hin. Ich bin ja hier auch mit einem sehr schnellen Auto unterwegs. So, dich. NW. Okay, kommt mir nicht bekannt vor. Ach, der ist sogar kriminell. Ey, den brauche ich. Bitte, dass ihr den jetzt nicht abstaubt. Naja, okay. Eigentlich ist das jetzt nicht abstauben. Okay, dann. Aber ich glaube, das war sogar ein anderer. Das war gar nicht der. So, wo ist er? Was hat denn der jetzt da gemacht? Wagt erstmal auf dem drauf. Oh, er hat ihn festgenommen. Ey, bitte. Ich will den. Ach, er ist kriminell geworden. Ich hatte den sogar abgecheckt. Mann. Egal. Egal. So, vielleicht. Ich sehe da noch ein Auto. Oh, das ist ein Bugatti. Das wird mit ziemlicher Sicherheit der... Oh, ein Bugatti. Ne, okay. Ein Passage. Hüi, war das über meine Stopsticks gefahren? Okay. Komisch, komisch. So, perfekt. Der verparkt den. Das heißt, ich schnapp mir den. Sehr... Ey, nein, 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 nein. Nein! Och, jetzt hat er ihn. Oh, ich hab auch echt Pech. Warte. Immerhin schon 85 XP. Besser als nichts. So, ich will mal abchecken, wer durch meine Stopsticks gefahren ist. Hä? Wer war das? Gibt's eigentlich einen Medi? Einmal abchecken. Okay. Ich hab aber auf jeden Fall auch Feuerwehr gesehen. Ich weiß es jetzt nicht. So, ach so. Ja, der wurde weggebracht. Und da. Der, der ist doch safe durch meine Stopsticks. Hat dann sein Auto repariert. Vielleicht können wir ihn blitzen. Blitzen. Perfekt. Einmal geblitzt. Und der Hofladen wird ausgeraubt. Das ist jetzt blöd, aber ich werd den verfolgen. Ich werd jetzt nicht zum Hofladen fahren. Ich glaub. Da ist selbst dieses schnelle Auto zu langsam. Perfekt. Der ist auch kriminell. Hey, hier sind so viele. Mann, gut. Hey, soll ich hin? Mist, Mist, Mist. Schnell hinterher. Und der wird mir den nicht abstauben. So, schon 140 XP. Das läuft eigentlich ganz gut. Würde ich mal sagen. So, soll er mal herkommen jetzt? Ich tippe mal sein Auto. Müsste bald Schrott sein. Hallo? Sieht nicht gerade frisch aus. So, jetzt. Wehe, du nimmst ihn wieder fest. Oh Mann, ich bin echt wahr. Ach egal. Nein, 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 nein. Nein, ey, Mann, Digga, dieser. Oh Mann, ey, das ärgert mich gerade so hart. Das ärgert mich so hart. Der hat jetzt zweimal mir den von der Nase, äh, vor der Nase weggeschnappt. Ich mag den nicht, ey. Ich werd gleich, ich werd den umfahren am Pulsum. Ich jags, wie es ist. Wer ist der? Ach, das ist Quader. Anscheinend nicht kriminell geworden. So, ich werd ihn jetzt umfahren. Das ist jetzt meine Mission. Das ist zwar komplett ehrenlos, aber ist ihm so egal. Ich bin jetzt ein ehrenloser Cop und fahr den Typen um. So, was geht hier, was geht hier ab? Wait, wahrscheinlich ist der wie, äh, wie wo hier durch meine... Oh nein, warte mal, wenn er nicht kriminell ist. Okay, es leckt mal wieder. Sehr nice. Erstmal abchecken, ob der überhaupt kriminell ist. Digga, was ist mit meinem WLAN? Was ist mit meinem WLAN? Ah, jetzt geht's wieder. Nice, jetzt. Meine Chance. Bitte. So, ey. Nein, 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 nein. Fahr bitte nicht. Fahr da nicht hin. Bro, geh doch aus meinem Weg. Ja! Let's go. Wo ist er drin? Wo ist er drin? Ist er im Vivo? Ich hab's nicht genau gesehen. Okay, der ist nicht kriminell. Ja, anscheinend ist er im Vivo. Glaube ich. Ja, okay, der ist nicht kriminell. Das ist jetzt halt blöd. Dass er nicht kriminell ist, weil dann kann ich keine Stopsticks legen und so. Wobei, ich kann ja mal abschmecken. Perfekt. Nein. Das mach ich. Ah, da ist er. Bro. Ein Taser-Skill ist. Bro, kid. Mist. Die Frage ist, ist der kriminell PM, glaube ich. Ah, ne, okay. Ich hab mich vertan, anscheinend. So, wo ist er? Da. Ne, dick. Jetzt, jetzt muss ich ihn tasern. Digger, wo taser ich eigentlich hin? Junge, ey. Bro, was war denn das für eine Kombi? Er hat mich gegen ihn gefahren. ETF. Ich muss ihn jetzt kriegen halt. Ach man. Ja, ich werd eh von dem Down gemacht wahrscheinlich. Ich muss hier mehr XP wirklich verdienen. Oh nein, ey. Ich seh es so kommen, dass ich down bin. Ich zieh direkt mal meine Uniform an. Damit ich nicht so viel Schaden kriege. So, komm her. Komm her. Komm her. Oh, was macht der? Okay, dem die ganze Zeit nachzufahren ist halt auch ein bisschen blöd. Es gibt... Ey, ich wechsle jetzt Server und suche mir so einen richtig crazy Server raus. Weil 100 XP ist gerade mal ein Viertel. Meine Zeit ist... Ja, ich will jetzt nicht irgendwelche ewig langen Videos machen. Also, ich würd sagen, wir sehen uns auf dem nächsten Server. So, Freunde. Neuer Server. Und ich hoffe, es wird besser. Und hier hat uns einfach hier direkt jemand geschlagen. Und der wird aber natürlich festgenommen. Und hier sind irgendwie nur Noobs. Oder, keine Ahnung, Anfänger. Noob ist ein bisschen gemein. Die kennen das Spiel anscheinend noch nicht. Werden sie mit dem Passat fahren. Und ich guck mal auf den Server. Fünf Cops. Der Server ist richtig Baba. Also, das ist so ein geiler Server. Muss ich ehrlich sagen. Ein richtig super duper Server. Hier würde es hoffentlich schneller gehen. Hä? Okay. Leckt es? Einmal hier bitte festnehmen. Danke. Und ins Auto. Und dann direkt in den Prison. So, Freunde. Wir fahren hier einmal zum Gefängnis. Wollte ich schon sagen. Und wer sind die denn? Wer sind die Kollegen denn? Lauf mir ein. Mist, 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 Mist. Okay, gar nicht gut. Ich will die halt nicht killen. Weil sonst gibt es einen Medic. Einmal kurz abchecken. Oh nein, die fahren weg. Nein, 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 nein. Hier kommt mir nichts davon. So ein schönes hier Geschenk, würde ich mal sagen. So, einmal anhalten. Der will hier anscheinend auf jeden Fall mit mir verhandeln. Der, äh, der, äh, der, der mich geschlagen hat. So, bitte einmal Autoschrotten. Wäre schön. Anscheinend ist es Schrott. Okay. So, jetzt ihn tasern. Was ist seine Mission? Okay, es hat geklappt. Nichts gegen ihn. Es hat auf jeden Fall geklappt. Aber bringt dir am Ende auch nichts. Ich werde dich festnehmen. So, perfekt. Einmal ins Auto. Und dich dann am besten auch noch. Okay, er läuft anscheinend weg. Und hat gutes Aim. Und ich habe auch gutes Aim. So, perfekt. Tom Blocks auch einmal festnehmen. Das sollte echt eine Lehre sein hier. Werd nie wieder kriminell. Ist nur Geldverschwendung. So, und er schreibt hier irgendwie auf Russisch. Sorry, kann ich leider nicht verstehen. Ich bin Deutsch. Ich habe kein Russisch gelernt. Oder lerne es. Aber, naja. Ich kann es nicht. So, das heißt einmal hier dich auch im Prison Ring. Schön. 40 XP. Und wer steht denn da? Wer ist denn das? Direkt mal abchecken hier. Den guten, äh, äh. Random Parker. Wie? ZF. Is Crime. Okay, wo bist denn du? Wo bist denn du? Wo bist denn du? Hä? Ich meine, ich habe den gerade laufen gehört. Aber egal. Ich muss jetzt Kriminelle festnehmen. Ich muss jetzt Kriminelle festnehmen. So, das heißt. Das Junge wurde ausgeraubt. Ja, da ist aber natürlich niemand mehr. So, äh. Da ist doch jemand. Okay, hat mich vertan. Hat mich vertan. Ich habe, ich habe es klicken gehört. Ich habe es. Wer ist er? Digga, wer ist er? Auto erst mal schrotten. Digga. Was ein Hacker. Also, ich habe das letztens hier schon öfter gesehen. Autos, die durch Wände fahren können. Digga, wer ist das? Wer hat erstmal auf Schillig durch die Wand. Okay, kennt man auf jeden Fall. Leute, nee. Letztens habe ich mal so ganz normal in Autopamburg gespielt. Dann war da halt so ein Typ. Der stand halt in der Wand mit seinem Auto. Und er hat die Cops geschlagen mit seinem Baseballschläger. Das war hier so. Hier stand er drin. Dann waren da halt so fünf Cops, die mit ihrem Schlagstock der ganze Zeit in die Wand gehauen haben. So, auf jeden Fall witzig. Aber irgendwie ist es anscheinend ein neuer Hack oder so. Ist mir öfters aufgefallen. So, wer bist du? U C. Einmal abchecken. Und der ist kriminell. Okay. Die Frage ist nur, wo er ist. So, vielleicht ist der auch noch kriminell. Vielleicht machst du Dropsticks? Nee, okay. Es laggt. Okay. Okay. Was ist jetzt passiert? So, es laggt noch mehr. Ich werde mal jetzt hier erstmal warten, bis das weg ist. Perfekt. So, er N. Ist nicht kriminell. Okay. Sauber. So, mein Game laggt auf jeden Fall ein bisschen. Vielleicht ist der andere ja in der Bank. Könnte ja sein. Einmal abchecken. Nee. Nee. Oh, ich muss mir jetzt auch mal merken, wie viel XP ich jetzt noch brauche. Also, wie viel hatte ich vorhin? Ich glaube, ja, 140. Wenn ich das abziehe, brauche ich noch... Nee, nicht 400, sondern 344. Nee, 43. Äh, 343. Ja, das müsste es sein. Hoffe ich. Das wäre irgendwie cool, genau 50.000 XP zu haben. Naja. Okay. Hier ist leider jetzt erstmal niemand mehr. Und der... Ah, nee. Das war der andere. Ich dachte, er hätte seine Crimes verloren. So, wer ist denn er jetzt? Er ist down gegangen. Wieso geht der denn da down? Welcher Crime greift ihn denn da an? So. Du bist doch sicher kriminell, oder? Ja, ist ja. Perfekt. Dann verfolgen wir dich einmal. So, einmal zuparken. Super funktioniert. Geklappt. Nee, okay, jetzt so. Du wirst jetzt festgenommen. Sirene an. Gnadenlos wirst du jetzt hier von der Polizei gejagt. Perfekt. Oh, nee. Schade. Ich hätte gedacht, er steckt fest. Äh, so. Einmal verfolgen. Mit Sirene natürlich. Ist ja klar. Schön auffällig. Damit er auch weiß, dass er hier eigentlich anhalten muss. So, schön in eine Sackgasse gefahren. Gefällt mir. Nee, du entkommst nicht mehr. Jetzt kann ich ihn abgreifen. Perfekt. Nice. So, wer ist das? Er hat einen Stern. Okay. Warte. Uh, wer ist denn da beim Dealer? Wer ist denn da beim Dealer? Tippe ich mal, oder? Reifenstab. Ja, ist kriminell. Okay, doch nicht beim Dealer. Was machen die denn da? Hallo. Tach, Tachchen. Tresor ist offen. Hä? Ja, die reden darüber gerade so vor meiner Nase, dass der Tresor offen ist. Sehr, sehr nice. So, hoffentlich war das der Fahrer. Ja, okay, super. Das war anscheinend der Fahrer. Sehr, sehr nice. Einmal rein. Was ist? Er schreibt Hallo. Ja, was glaubt er, wer er ist? Er ist ein Krimineller, der festgenommen wurde. So, was deren Mission war, will ich auch mal gerne wissen. Wahrscheinlich wollten die von hinten rein, aber dazu muss man halt den inneren Tresor erstmal aufspringen. Das geht aber. So, einmal dich festnehmen. Du hast leider keine Chance. Okay, er ergibt sich auch. Sehr, sehr nice. So, 5K, wenn du mich lässt. Nee, das ist jetzt blöd, weil ich will ja meine schönen XP. Nee. Tut mir leid, hätte ich sonst gemacht. Tut mir leid, mache ich nicht. So, nee, wer ist er? Einmal Stop Sticks. Okay, wieder schön hier in den Laternenfall. Bitte, ey, komm, ich mach's. Der fragt schon so schön. Dann nehme ich hier die anderen fest. Ihn einmal. Zack. Nice, dann bin ich gleich schon bei 300. Ich bin auch Bapu-Army. Okay, ich bin nicht Bapu-Army. Aber egal, so. Dich. Komm. Eldorado. Ich bin nicht Eldorado. Ich bin Eldorado. Komm, abonnier meinen Kanal. Nee, vorbei, komm. 8K, 8K. Also, ich will schon 8K, ne? 8K. 5K mach ich nicht. Okay, deal. So, wehe, er läuft weg. Aber eigentlich kann er nichts machen. So, mach. Hat er, hat er irgendwelche Gegenstände? Okay, super. Dann kann er nicht sein Fahndungslevel verlieren. Nice. Dann mach das bitte einmal. Einmal. Einmal hier schön überweisen. So, hallo. Gebe, gäbe ich dir später. Lasse mich welches kriegen. Nee. 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 Dann, als ob du mir das später gibst. Nee, dann prison. Ich will jetzt hier nicht ewig die Zeit verschwenden. Hö, jemand ist durch meine Stopsticks gefahren. Die da liegen. Bitte schwöre. Nee. Nee. So, einknasten. Tut mir leid an den, aber weißt du was? Hättest du die Chance gehabt? Hast du vermasselt? So, als ob er mir das später sendet. Glaube ich ihn nicht. So, da ist doch direkt der nächste Kriminelle. Ich tippe mal, das war der. Hier sind irgendwelche Goofy-Polizisten. Ich tippe mal, das war der, der... Nee, ich hab kein Benzin mehr. Oh mein Gott. Schaff ich das? Ja, ich schaff das. Ich schaff das. Let's go. Hier mit dem letzten, mit den letzten, ähm, mit den letzten Metern hier noch zur Tankstelle. So, perfekt. Einmal aufholen. Und ich würd sagen, wir sehen uns, wenn wir wieder am Cribe dran sind oder so. So, Leute. Der Juwe wird ausgeraubt. Und, äh, obwohl da so viel Polizei ist. Also, ich versteh nicht, wieso die, die nicht festnehmen. Ah, okay. Haben sie gemacht. Alles gut. Aber nee, okay. Never mind. Das ist meiner. Wehe, er nimmt den jetzt. Perfekt. So, nice. Äh, okay. Mein Auto steckt hier irgendwie fest. Was ist hier passiert? So, perfekt. Nice, 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 nice. Und ich glaube, das ist unser letzter Krimineller. Und dann müssen wir nur noch so Mini-XP machen. Äh, ja. Weil sonst haben wir halt zu viel. Und ja, okay. So, perfekt. Einmal durch hier einknasten. Und jetzt haben wir 338. Das heißt, wir brauchen noch 2 XP. 2 XP dann nochmal, äh, hier, nee. Wie war's? 3. 5 XP, wenn ich mal, äh, wenn ich mich nicht täusche. Ja, 5 XP. Das heißt, ich muss einen Stopstick. Das heißt, jemand muss über einen Stopstick von mir fahren. Es darf nur ein Reifen platt werden. Das ist sehr schwer. Naja, okay. Ich werde das schon schaffen. So, Leute. Ein bisschen blöd. Mein Auto ist leider hier Schrott, weil ich hier gegen so ein Auto gefahren bin. Und ihr seht schon. Leider habe ich im Dienst bekommen. Schade. Vielleicht schaffe ich ja bald ein 60 K XP. Ich werde auf jeden Fall bald, keine Ahnung, in den nächsten Monaten den Polizei-Porsche freischalten. Das dauert noch zwar ein bisschen, aber so viel ist es jetzt auch nicht. Okay, Werkzeugladen ist mir jetzt egal. Ich laufe einmal hier hin. Ein ADAC. Ein ADAC gibt's auch nicht. Okay. Ja, dann hier einmal mit der letzten Ausdauer. Ab zum, äh, hier. Ab zum Polizei. Okay, es leckt. Ab zum Polizeipartement. Und, wie viel haben wir jetzt? Ich würde sagen, wir be- Okay, es leckt. Blöd. So, jetzt vielleicht. So, wir haben unsere Schicht beendet. Und ich würde sagen, ich warte mal kurz, bis ich hier sehen kann, wie viel XP ich jetzt hab. So, Leute. Wie ihr schon seht, hier leider 25 XP zu viel. Bisschen blöd, aber ist ja auch nicht so schlimm. Wir haben es trotzdem geschafft, die 50.000 XP zu erreichen. Und ich würde sagen, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, aktiviert natürlich die Glocke. Lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann einfach im nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.